Ey Leute, könnt ihr gar nicht vorstellen, ich bin gerade in der Stadt und die Jungs, die gerade auch aufnimmt von Freiburg, die haben mich alle angesprochen, wir wollten gerade ein Selfie machen und ich habe leider eine Dame gesehen, die hat nicht mal mal Schuhe dabei. Ich bin gerade sehr, sehr glücklich, dass es heute mit erst so ein bisschen Schenken kommt. Vielen Dank.